Für was war das jetzt hier? Keine Ahnung, einfach mal drauf geballert. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich hier runter oder ich gucke mal drüben rein. Hier müssen wir auch noch mal lang. Hier war auch noch was. So, aber erstmal hier die Kisten zerstören. So, haben wir hier noch einen. Nein, hier ist nix. Also unser scheißner Fernseher ist hier gar nix. No. Hier ist ja nix. Ne, ist auch schön. Alter, wie viele Medipacks. Alter, wie viele Kisten. Oh, guck mal. Schnauze. Alter, wie viele Kisten. Alter. So, aggressiv, Affidivitäten. Alter, hier ist ja eh nix drin. Doch. Naja. Also nur mal so eine kleine Frage, ne. So eine Riesenfirma wie Black Mesa. Hat Haufen Kisten hier drin stehen. Wo nix drin ist. Und wundert sich, warum sie Platz brauchen. Also, naja. Ich sag dazu mal gar nix. Ne, Kollege? Ja. So, hier noch was. Ne, außer Kisten haben wir hier nichts. Immer schön gucken. Hier ist schon wieder ein Bauhelm. Immer schön gucken, dass da noch Munition lag. Hier zum Beispiel. Haben wir denn noch Dings? Da laden wir kurz mal nach. Und nehmen wir kurz diese Munitionskiste mit. Ne, geht wahrscheinlich nicht. Naja. Was haben wir hier schönes? Ach, hier. Wandkameras. Da haben wir noch so'n Ding. Oh. Naja. Ähm. Ich mag ja diese Waffe, ne. Die gefällt mir am besten irgendwie. So wie aber der andere Kunde. Aber sonst ist ja nix. Hier ist nichts. Hier ist ja nichts. Dann müssen wir jetzt entweder nochmal hier runter. Weil hier war ja auch noch was. Hier wird's auch nicht was sind. Nein. Hier unten. Da komm ich gar nicht runter, oder? Ne. Naja, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl. Aber ich glaube... Mal gucken, was uns da unten lauert. Hä? Wochen kann ich denn jetzt hier nicht... Ähm. Ähm. Jetzt. Muss ich da jetzt hier runter? Ah, was ist das denn? Ach, natürlich. Ach, natürlich. Ach, natürlich. Ach, natürlich. Wir kommen doch wieder zurück. Oder auch nicht. Naja, nur zur Hälfte oder so. Ähm. Kurz mal Nase kratzen. Ha, 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 ha. Ha. So. Weiter geht's. Erstmal Munition lauten. Zack. So weiter nach unten will ich jetzt noch gar nicht. Alter, was ist das bitteschön für ne Anlage. Schon krass, ne? So, hier haben wir nichts. Hier geht's rein, da ist... Hier waren wir. Hier ist nichts, also müssen wir da rein. Okay, müssen wir da runter. Ach, da ist Wasser. Ach, deswegen kann der Fahrstuhl wahrscheinlich nicht in Gang gesetzt werden, weil hier Wasser ist. Hm, hier. Hm, duschen. Selbstverständlich ist die Frage, wie kommen wir denn hier runter? Kommen wir auch wieder hoch? Ne, das geht ja nicht. So, hier ist Wasser. Ach, hier war ne Leiter. Aber hier ist nichts. Das ist gar nix. Das ist ein Gui-Deckel. Hä? Da haben wir auch nix. What? Was ist das? Ehrlich gesagt verstehe ich das grad gar nicht. Ähm... Hier haben wir auch nix zu sehen. Dann machen wir uns mal wieder auf. Hier runter. Wasser. Ah. Da ist Medi-Pack und alles. Ihr wisst ja, was das heißt. Da unten ist nämlich Wasser. Jetzt will ich aber erstmal kurz die Lage hier checken. So. Ach du Scheiße. Das Ding bewegt sich nicht. Okay. Hä? Was soll denn dann der Raum hier, wenn... Powers off... Off, 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 off... Aber wie kann denn hier dann... Dings. Ich will das grad nicht anhaben. Aber anscheinend geht ja gar nix. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, hier haben wir ja nichts, ne. Da geht's nicht durch. Nee. In der anderen Seite geht's wahrscheinlich auch nicht durch. So, wir müssen wahrscheinlich da runter. Brauchen wir nicht. Dann mal ab. Oh oh. Ach guck mal, die haben noch gelebt. So ist hier was? Nee. Hier blinkt das rot. Aber drin ist hier nix. Hier geht's nicht rein. Hier auch nicht. Hier sind die Pumpen. Hier geht's auch nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Die Pumpe. Geht'n die an? Ach, das blockiert wahrscheinlich, oder? Ja, dagegen haben wir was. Na? Ach, das kann ich nicht rausnehmen. Dann machen wir auch so. So, ah, jetzt geht das Wasser weg. Zumindest ein bisschen was. So. Jetzt ist es wieder trocken. Halbwegs. Ähm, jetzt geht's aber, geht's hier wieder rein. On. Unit Power ist on. Da haben wir nix. Ne, hier geht's nicht rein. Ne, das kann ich ja vergessen. Dann. Mal sagen. Das müsste eigentlich stehen jetzt so, ne? Ah. Ja, man. Power. Die Power. Oh. Oh. Ähm. Jetzt bloß, wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Die Frage. Die Frage. Die Frage ist. Hier ja nicht so, da kommen wir ja nicht hoch. Zumindest nicht bis dahin. Da auch können wir nicht. Da bleibt uns ja nur noch dieser Weg. Dieser Weg. So. Mal schnell den hier. Ach, hör auf. Na, wer kommt denn da? Bitteschön. F6. 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 ME1х5, vorbe Fan, TZPIDENS frequent.